Showa Isar, 75 cm, Waldlicht, Alter, schrei mal auf die Seite, ist jetzt ein Jahr da, hat sich gut entwickelt, der Zoom ist noch nicht fertig, ist hier in der Innenhälterung im großen Becken. Fenni ist sehr gut, der schafft über 80 cm, nicht groß sein, ich kann es nicht genau sagen, aber ich bin schon, und wer hier interessiert, der Fisch ist wirklich gut, aber der will nicht wirklich sein, der war nicht klein. Vielen Dank.